Moin Leute und willkommen zurück zu Pirates of Black Cove. Beim letzten Mal haben wir ein Schiff der korrumpierten Sorte, sage ich mal, besiegt. Ein finsteres Schiff aus den tiefsten Tiefen der Hölle. Und jetzt haben wir hier drüben wieder einen Schatz, wie es aussieht. Ein Scherz, yeah. Why do Pirates like to play Chinese checkers? Because it's got a starboard. Ich habe das nicht mal richtig verstanden. Okay, jetzt sind wir hier und wollen diese Quest abgeben. Ich weiß gar nicht mehr genau, was wir hier zu tun haben. Ich glaube, wir mussten hier eine Karte finden oder sowas. Ich weiß nicht mehr genau. Zumindest finde ich es sehr schön, dass wir jetzt keine feindlichen Schiffe mehr hier haben. Wir gehen erst mal hierher und schauen, was wir hier zu finden haben. So. Einmal an Lanz, bitte. Was haben wir hier nochmal zu tun? Ich schaue nochmal kurz auf die Karte oder auf die Quest. Finde heraus, was Zweifinger-Jar über die vergessene Insel weiß. Ach ja, genau. Der gute alte Zweifinger. Ein alter Freund von mir. Der hat immer Poker gespielt und dann irgendwann hat er seine drei Finger gesetzt. Einen nach dem anderen, weil er kein Geld mehr hatte. Hier ist eine Waffentruhe, ne? Ist das eine Waffentruhe oder ist das eine Werkzeugkiste? Okay, auch sehr schön. Der Zweifinger-Jar ist da drüben. Dann gehen wir auch mal da hin. Weil wir haben ja gelernt, vor Äonen von Jahren haben wir gelernt, dass es eine gute Idee ist, einfach mal dem Weg zu folgen. Dann trifft man nämlich wesentlich weniger Feinde. Versteht nicht überhaupt. Lest und meine Freunde, lest. Ach, die können wahrscheinlich gar nicht lesen, ne? Könnt ihr lesen? Ich kann nicht lesen. Ich kann nicht lesen. Natürlich. Anscheinend nicht, aber was erwarte man auch bei Piraten-Pack? Charge! Wir sollten uns zurück zur Base, du Hörer. Ah, sie sehen weich. Der Boss wird uns mit extra Müll. Ambush! Krieg sie! Oh nein! Es ist die, es ist die, es ist die, es ist die, die Crew der Bauchfreien. Ich habe Angst! Sie könnten sich entblößen. Passt auf, Freunde! Ich sehe schon, einer von meinen Landratten ist gerade dahin gegangen. Das ist nicht genug. Okay. Das lief doch erstaunlich glimpflich. Aber ich glaube, zwei von meinen Pistolen-Hansels sind kaputt gegangen. Da ist Zweifinger-Jar. Na, gib mir fünf, ey, ich meine... Ja, wir haben dich gefunden, Jar-Duefinger. Kleber name für ein Grog-Smuggler. Ich glaube, du immer orderst du Fingers von Grog, ey? Nein, Mann. Ich habe zwei Fingers. Schau mal, Mann. Ja, ich weiß. So, was hast du hier gemacht? Ich bin hier, Mann. Ich habe zu viel Schmerz. Du bist hier verabschied, Mann? Weil es zu viel Schmerz, ey? Ja, Mann. Das Schmerz hat mich recht gut gemacht. Ich kann mich nicht verabschieden, also muss ich mir ein paar Grog hier machen, Mann. Es ist eine gute Islande, also muss ich bleiben. Ich will nicht jetzt mit mir nach Hause bleiben. Also, ich bin glücklich, dass du dich glücklich bist. Ich dachte, du bist der andere Art von Weed. Nein, mein Grog in Kürt, Mann. Schöne, große Plans. Ich habe das, was du sehen? Nein, das ist ziemlich gut. Ich werde deine Herbs selbst verlassen. Oh, you mean me herb. Here, man, come on, just smell this one. It fragrant me. No, uh, no, really. I'm sure it smells fine. And we're fine. We're all fine here. I really think it's time we were on our way. Thanks very much for your, uh, hospitality. Oh, before you go, I got to sing you me song. Learned it from the siren. I'd like to see you face the sounds of sirens where the ships go. Wow, das war seltsam. Das war äußerst seltsam, aber ich würde trotzdem gerne bei seinen, bei seinen Pflanzen mal nachschauen. Kann, ja, das ist, glaube ich, hier drüben, ne? Da ist noch eine Werkzeugkiste. Ich glaube, hier gibt es nicht wirklich viel zu finden und zu erkunden, ehrlich gesagt. Ach, ist das ein bisschen Rum? Oh, was ist das denn? Und das sieht interessant aus. What is it? What is it, brava? Eine Lampe, ne? Eine Jack Lantern. Pilzchen. Pilzgewüchschen. Okay, dann gehen wir mal wieder nach Hause. Aber an sich hat er uns jetzt eigentlich gar nichts gesagt, oder? Ähm... Müssen wir jetzt nochmal mit ihm reden? Weil eigentlich hat er ja gar nichts uns vertellt jetzt. Ähm... Was ist das? Rede! Yes! Er will nicht. Na gut, dann gehen wir wieder runter. Sowieso würde er uns von der Mission gerade geraten, dass wir hier nach unten gehen sollen. Dementsprechend würde ich einfach mal diesem Pfeil ganz ungeniert folgen. Und es ist noch einer von unseren Landtrappen hier auseinandergefallen. Gefällt mir nicht. Aber wir haben noch genug, als dass wir nicht uns neue Kameraden suchen müssten. Dementsprechend aufs Schiff. Und dann fahren wir wieder, stechen wir wieder in See. So, jetzt müssen wir wieder zum Piratenversteck. Lass mich raten. Ähm... Wahrscheinlich. Jo. Okay. Auf zum Piratenversteck. Vielleicht haben wir ja noch ein bisschen Action unterwegs, wenn wieder die Briten kommen. Ich weiß noch nicht mal, ich weiß nicht mal, ob das überhaupt die Briten sind, aber die, weiß nicht, die kommen mir so britisch vor. Vielleicht haben die auch irgendwann gesagt, dass es Briten sind und ich hab's mir gemerkt. Aber ist ja auch egal. Zumindest halt diese nervigen Feinde, die immer meinen, uns angreifen zu müssen. Die könnten ja theoretisch unter Umständen kommen. Ich schau mich hier die ganze Zeit um, ob wir an irgendwelchen Schätzen oder sowas vorbeifahren dürften. Denn die würde ich natürlich sehr, sehr gerne einsammeln. Ich will den ganzen Reichtum. Ich will den Schatz. Den kann ich haben. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es anders ausdrücken könnte. Was ist das denn? Willst du kämpfen? Hä, willst du kämpfen? Hä, hä, komm doch her. Ich glaube, er will. Ne, will er nicht. Okay. Dann auf zum Piratenversteck. Kommt, meine Freunde, auf zum Piratenversteck. So. Sehr, sehr schön. Bisher noch alles ohne Probleme gemeistert. Wobei, einmal hatten wir ein bisschen Probleme. Muss man doch schon sagen. Es sind hier irgendwelche schönen Sachen. Die Werft brauchen wir nicht. Da haben wir unser Schiff ja schon repariert. Liegt hier noch irgendwas Schönes rum? Da liegt was. Noch ein Jack-Lantern-Pilz. Aber ich glaube, an sich können wir dann auch direkt zum Meister hier gehen. Oder? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, weil unsere Mission sagt ja eigentlich immer noch, dass wir ja Zwei-Finger-Jar finden sollen. Und den haben wir bisher noch nicht gefunden. Aber trotzdem sagt die Mission, dass wir hier hingehen sollen. Naja. Holen wir uns erstmal den Pilz. Und dann würde ich sagen, reden wir mit dem Anführer der Piraten, des Lumpenpacks hier. Man muss aber auch wirklich sagen, die, die ganze, die, die, die Charaktere hier sind so schon sehr detailgetreu, muss man sagen. Auch der Zwei-Finger-Jar eben hatte auch nur zwei Finger. Aber er hatte nicht so eine Klumpenhand, wie man es eigentlich erwartet bei solchen Strategiespielen. Finde ich sehr schön. Und Dad? Very fine, me matey. A new verse for the Pirate's Shanty. Oh, I me favorite song, that be. And another verse, oh, I that be fine indeed. Heh, glad you're happy about the find. That Cha-Two-Finger seems a harmless farm or nothing more. Aye, it be strange we were warned off of there. I wonder where that rumor came from. Say, this Shanty speaks of water stilled by the Song of Sirens. Listen to the words. I'd like to see you face the sound of the Sirens will as your ship go down. They'll love you to bits and smash it. Why blow me down? It might just be a clue to the forgotten island. Maybe so. Or maybe it's the raving of a sun-touched farmer. But I see you sit on the whole riddle. If you figure out where this shanty point is, I'll take a look. Alright, der Fluch des Jar. Wo müssen wir denn jetzt als nächstes hin? Leer. Of course. Ah, okay, wir müssen jetzt erstmal hier wieder das Ansehen ein wenig weiter ranholen. Dann würde ich mal sagen, hauen wir jetzt mal alle Missionen an. Was müssen wir denn machen? Die Schulb. Wird Zeit, die Schulb auf den Meeresboden zu schicken? Okay, müssen wir wahrscheinlich kaputt machen einfach. Okay, verstehe. Hol Holzbeins, holdes Holzbein. Dem armen Holzbein das Holzbein geklaut. Natürlich. Das gute Stück aus dem Anwesen in San Juan zurückholen. Okay. Kümmer dich um den blauen Piet. Okay, wird Zeit, dass sich jemand um ihn kümmert. Also müssen wir auch umbringen. Ist das ein Schiff oder ein Mensch? Er ist furchtbar aufbrausend und hat eine Zunge wie ein Rasiermesser. Okay, dann wird das wohl ein Mensch sein. Es würde mich doch wundern, wenn mich ein Schiff beleidigen würde. Okay, wir können ja eigentlich noch ein bisschen aufstocken hier, oder? Geht das? Ist dem möglich? Auffüllen. So sage ich das auch immer. Immer schön auffüllen, die Kollegen, die Freunde, mit denen man rumläuft und kreucht. Hast dann hier das Stahl, die Stahl-Dörner-Halle. Haben wir genug Geld dafür? Wir haben 666, die Zahl des Teufels haben wir als Währung. 800 brauchen wir, okay. Und sie? Wir brauchen ja noch 1000 für den Mörser. Das heißt, wir haben auf jeden Fall noch Zeit und Not, bis wir noch ein gutes Equipment bekommen. Aber das soll mir recht sein. Wir sind momentan ja noch relativ gut aufgestellt. Ich könnte natürlich noch diese Schusswaffen-Menschen ranholen, aber nö, brauche ich gerade nicht. Kostet alles nur unnützes Geld. Das kostet alles nur unnützes Geld. Kap'n, es wird wie ein Schusswaffen-Menschen-Menschen-Menschen-Menschen-Menschen-Menschen. Kap'n, es wird nicht so gut sein. Wir müssen uns nur ein Schusswaffen-Menschen-Menschen-Menschen-Menschen-Menschen-Menschen-Menschen-Menschen-Menschen-Menschen-Menschen. Wer ist gut bei Menschen zu töten? Oh, wir sind alle sehr gut in diesem Respekt. Wenn es da ein guter langer Plank gibt, dann... Na, auf Land. Wir töten Blaue Pete auf Land. Eine Plank wird nicht tun, falls du ihn zu Todes planst. Ne, der ist im Pirate Stronghold. Ne, ach, das ist hier drüben, okay. Die gelbe Markierung ist natürlich unser Missionsziel. Sehr schön, das heißt, da haben wir auf jeden Fall eine entspannte Route hin. Da hinten ist Holzbeins Holzbein, okay. Das könnten wir eigentlich als erstes machen, weil ich glaube, das ist relativ schnell erledigt. Und die Schulb, die bewegt sich wahrscheinlich die ganze Zeit über die Karte. Und dann müssen wir erstmal schauen, wo die langfährt. Okay, alles da. Dann holen wir uns doch mal Holzbeins Holzbeins... Holzbeins... Holdes Holzbein. Holz doch der Geier, okay. Dann wollen wir mal da hinfahren. Was ist das? Hier ist irgendwas. Ist das die Mission mit dem Holden Holzbein oder ist das was anderes? Hier ist ein bisschen Entengrütze. Da ist noch ein Schatz, beziehungsweise ein witziger Jokus. Mal sehen. Was ist mit diesem Spiel los? Es ist einfach nur so... Was sind das für... Wer denkt sich diese Witze aus einfach? Das ist doch unglaublich. Bist du ein Brite? Hä? Die Briten kommen mir nicht zu nah, mein Freund. Hä? Was hat er gehört? Jetzt ist er eingeschüchtert. Na ja, ich sehe schon. Hier unten haben wir wieder... Ich glaube, das hier sind Baupläne, ne? Finde ich sehr schön, dass die sonst einfach gezeigt werden. Sehr, sehr freundlich vom Spiel. Dann kann man die direkt auf dem Weg natürlich mitnehmen. Dieser Bauplan scheint ein wenig außer Reichweite zu sein. Na gut. Wo sind wir denn momentan? Wo müssen wir hin? Ein bisschen weiter müssen wir noch. Wir müssen noch bis auf die andere Seite der Insel. Bis zum Universum noch viel weiter müssen wir. Aber wir haben ja Zeit. Ich finde es auch richtig cool, wie die Möwen hinterher fliegen. Ich mag das Spiel echt gerne. Es ist richtig, richtig schön designt. Es ist richtig schön rund. Und es hat halt immer solche kleinen Gimmicks, wo man sich irgendwie dran erfreuen kann. Das ist echt toll. Richtig gut gemacht. Da ist noch ein Schatz, aber den brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ist das hier die Schulpe? Ich schaue mal kurz auf die Quest, weil die Quest sagt uns ja, wo die Schulpe ist. Die Schulp, Entschuldigung. Die fährt ganz woanders lang gerade. Okay. Holzbeins, 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 Holzbeins. So schwer ist das ja nun auch nicht. Da sind wir ja gleich angekommen. Man sieht auch schon hier daran, dass das Blau sich ein wenig erhellt, dass wir in die Nähe von einer Insel kommen. Und wie mir scheint, sind wir auch gleich da. Ja, hier vorne. Perfekt. Also, Ankerlicht in meine Freunde. Wir gehen an Land. Zum Jigrok. Jigrok, desto besser. Okay. Wir sind in San Juan. Mal sehen, wer uns hier auflauern wird. Aber ich meine, wer sollte hier ein Holzbein verteidigen? Ich meine, das ist doch schon ein bisschen erbärmlich, oder? Charge! Kill them all! Oh, das war einfach. Wir haben ja noch richtig, richtig viel rum. Ich könnte jetzt eigentlich sogar einen benutzen, weil wir hier noch einen liegen haben. Mal kommen. Yes! Gleich wieder eingepackt. Sehr schön. Ist es hier eine Frau? Die ist ja relativ entspannt, dass hier gerade so ein Massenmord passiert ist. Aber gut, was heißt Massenmord? Doppelmord, sagen wir es so. Ich schaue mal kurz hier ein bisschen über die Map. Das ist ein richtiges Dorf, ne? Ein richtig schönes, riesiges Dorf, wie mir erscheint. Na gut. Wir sollen mich nicht stören. Wir wollen einfach nur den Weg folgen. Hat bisher gut geklappt und es wird sicherlich auch weiterhin gut klappen. Solange uns nicht viele Leute auflauern, ist es ja eigentlich eine gute Taktik. Kann auch eigentlich so machen, ne? Aber da folgt die Kamera einfach unserem Helden und wir können einfach ganz entspannt hinterherlaufen. Da kommt schon die Nächsten wieder. Das nächste Gesocks sucht nach Anerkennung. Was? Nicht mit mir, meine Freunde. Nicht mit mir. Läuft bisher richtig gut. Gut, bisher waren auch nur vier Gegner da, aber muss man ja auch schon sagen. Muss man unseren Kameraden lassen. Es funktioniert gut. Okay, jetzt geht die Party aber richtig los. Ich glaube, ich mache mal den hier an. Meine Spezialfähigkeit. Die Hasenpfote und ich glaube, ich muss jetzt auch langsam schon über das Heilen nachdenken, weil wie ihr seht, die kriegen schon ein bisschen Damage, unsere Freunde. Und ich möchte natürlich möglichst alle mitnehmen. Okay, sieht noch gut aus, sieht noch gut aus. Alles im grünen Bereich, alles im grünen. Bisher haben wir noch niemanden verloren, aber ich glaube, ich nehme mal jetzt einen kleinen Schluch. Einen kleinen Schluch, meine Freunde. Nee, einen kleinen Schluch, Bull rum. Na komm, ganz entspannte Aktion hier, sehr schön. Bisher noch keine großen Probleme hier in diesem Ort, aber bisher waren das glaube ich auch alles nur solche kleinen Kollegen, vor denen man nicht wirklich viel Angst haben musste. Bisschen Geld noch mitgenommen. Vor allem so eine riesen Schatzkiste für sechs Goldstücke, ich meine ja nur, ne? Ein wenig verschwenderisch, doch, doch. Sechs Goldstücke, ja, ich will mich ja nicht beschweren, ne? Hauptsache Geld, denn Geld regiert die Welt. Zeit ist Geld. Das heißt, ich habe jetzt viel mehr Freizeit für mich, weil ich mehr Geld habe. Das ergibt doch voll viel Sinn, oder? Kommt ihr mit? Ja, alle kommen mit. Unser Held natürlich ganz in der Hinterhand. Der möchte natürlich nicht Schmerzen erleiden. Ist schon klar, immer schön das Fußvolk vorschicken. Das kann ich verstehen. Das ist eine ziemlich Arschlochaktion, mein Freund, aber es funktioniert, ne? Und wir sind schon da. Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass es wesentlich länger dauert, aber gut. Soll mich doch nicht stören und da ist... Fettsack Peter! Komm nur her, Fettsack Peter! Ich habe auf dich gewartet. Ähm... Fettsack Peter? Fettsack Peter ist ein wenig apathisch, wie mir scheint. Und vor allem ein wenig sehr stark. So, Kapitän. Wir treffen uns wieder. Ich denke, dass du das, warum wir hier sind. Du kommst für die Peggle. Aber wenn du denkst, dass du einfach nur direkt in hier und weg kann, mit einem extra Gle. Na, du wirst es so schwer finden. Wir laufen mit dem Gle, dead oder alive. Gadsch, aus diesen Villen. Ach, shit! Der war die ganze Zeit nicht antreibbar, die Sau. Lungen, jetzt ist er aber tot. Zurück die Fälle, Leute, und behalte unsere Pfäge hoch, damit der peinste Pägle kann es von weit her kommen. John! Mach ruhig weiter, mach ruhig weiter. Ich muss, glaube ich, kurz heilen. Ja, alle waren ungefähr bei der Hälfte. Das hat das. Hasenboote! Oh, einer ist gestorben von uns. Alter, wie viele sind das denn? Das sind da die Armee, die Armada des Todes. Ich heil mal kurz. Oh, jetzt sind sie ein bisschen dizzy, ein bisschen schwindelig. Aufwärmung! Aufwärmung! Sehr schön. Was haben wir hier? What is it? Augenklappe des Betrachters. Das war so ein Sammelgegenstand, glaube ich. Sehr, sehr schön. Schöne, coole Musik, muss man sagen. Okay. Ab nach Hause! Ab nach Hause! Von der arme Kerl hier muss die ganzen Goldmützen schleppen. Wird voll zurückgelassen von den anderen. Arme Socke. Richtig armes Kerlchen. Muss hier ganz alleine durch die grauen Gassen streichen. Der arme Kerl. Schaut ihn euch an. Er weint bitterlich. Das ist echt aber ein bisschen fies. Ich meine, der hat auch nur einen Arm. Der hat nur einen Arm! Beziehungsweise eine Hand, sagen wir es so. Und einen Fleischerhaken. Schon sehr bemitleidenswerter Kerl, muss man sagen. Na gut. Wo sind wir denn? Sind wir schon da? Sind wir schon da? Sind wir schon da? Sind wir schon da? Nein, sind wir nicht! Na geh doch! Geh! Nach Hause! Wupp! Sehr schön. Ich würde aber sagen, das wäre es dann für heute gewesen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Mal und wie immer. Bye! Bye!